Sieht schwierig aus, BVB droht im Kracher gegen Bayer Leverkusen bieterer Ausfall. Borussia Dortmund muss freilich selbst an dem Wochenende in dem Bundesliga-Zweikampf mit Vorarbeiter Bayer Leverkusen-Freiangreifer Daniel Mahlen auskommen. Es sei zwar nicht ausgeschlossen, dass der Niederländer an dem Sonntag in dem Kader stehe, sagte Trainer Edin Terzic, aber, Niveau heute sieht es schwer erziehbar aus. Am Freitag konnte Mahlen, der bereits dasjenige 4 zu 2 nebst der Woche gegen Atletico Madrid verpasst hatte, nicht an dem Mannschaftstraining teilnehmen. Abgesehen von Rami Benzebaini, Karim Adeyemi und Sebastian Haller auf den Füßen aufrecht stehen Terzic in dem Wette gegen jene Leverkusener alle Spiele zu der Verfügung. Nach dem Beschlagnahmung in das Champions-League-Halbfinale, an irgendeinem Ort jene schwarz-gelben an dem 1. Mai auf Paris-St. Und 7. Germain-Treffen, kämpfte BVB in den verbleibenden 5 Saisonspielen, weil jene erneute Teilnahme an der Königsklasse. Wir haben jene Freude der Jungs an dem Dienstag ungekünstelt zugelassen. Seit Mittwoch liegt der Brennpunkt aber auf Leverkusen. Wir sind der Herausforderer, eine Mannschaft zu schlagen, jene 44 Spiele in Ausfluss nicht preisgegeben hat, sagte Terzic. Terzic, Gutschrift, dass jene ungekünstelt wahrgenommen, dass ein fünfter Startplatz für jene Bundesliga hinter dem Demissionen fast aller englischen Teams aus dem Europapokal stark wahrscheinlicher wurde. Wir haben dasjenige ungekünstelt wahrgenommen, sei in dem Saison-Endspurt nebensächlich. Dennoch ist noch keine finale Abstimmung gefallen, wir konzentrieren uns auf dasjenige, welches wir beeinflussen können. Das sind 15 Punkte, darüber würden wir uns qualifizieren. Das ist unser klares Ziel, sagte Terzic. Derzeit ist der BVB-Tabellenfünfter, 14 Punkte abkuppeln ihn vor dem 30. Mittag von dem ersten Verfolger Eintracht Frankfurt BVB-Tabellenfünfter. Vielen Dank.